Und übrigens, wenn man Häuser baut und Bäume weg macht, ist es Luftverschwendung. Ja, finde ich auch. Weil wenn alle Bäume weg sind, dann muss man sein ganzes Leben lang die Luft anhalten. Blödes Haus, ne? Es wird nicht mal gebaut. Wo fahren wir denn jetzt hin, Gieren? So ein Wohnzimmercenter. Und was wollen wir denn machen? Wir kaufen ein Playmobil. Kommando-Auto, ne? Von Playmobil. Kröö.